Hallo, sehen wir uns ja auch. Schön, dass das Frühlingsfest wieder so stattfinden kann. Haben Sie sich schon darauf gefreut? Ja, hallo. Natürlich habe ich mich riesig darauf gefreut, nach drei Jahren keinerlei Kontakte zu haben. Und heute ist ja auch noch könliges Wetter. Ich bin ganz glücklich. Mein Herz ist zweigeteilt. Ich freue mich unwahrscheinlich, die vielen Menschen und vor allem die vielen alten Freunde zu treffen. Andererseits, wenn ich da sehe, wie viele tausend Menschen da sind ohne Masken, mache ich mir schon Gedanken. Aber heute muss man mal ein Stück weit Corona vergessen. Und was für mich ganz, ganz besonders wichtig ist, dass die Schausteller endlich wieder mal ihre Geschäfte öffnen dürfen und wieder mal da sein können. Und das finde ich großartig und es freut mich. Also wunderbar. Ich freue mich auf einen lustigen Nachmittag im Kreise, netter Freunde. Und dann trinken wir mal die ein oder andere Mars auch heute. Stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Vielen Dank und auch viel Spaß hier. Dankeschön, viel Spaß. Alles Gute. Dankeschön.